Nächste Siedemeter für die Füchse in Berlin. Vor der Zungsunterbrechung waren wir 22. Aber waren wir 20. Und wir schicken einen Applaus an unsere 22. Die Hochschule der Füchse in Berlin. Die Hochschule der Füchse in Berlin. Die Hochschule der Füchse in Berlin. Die Hochschule in Berlin. Auf dieser Wege, Frau Bayer, gute Besserung an der 22. Fabian Schalzsee. Fabian Schalzsee. Fabian Schalzsee.